Level 2 minus 100 Speedbehindel Wir zählen im Zweivierteltakt. Wenn im Zweivierteltakt eine Sechzehntelnote vorkommt, zähle ich nicht und, sondern sprich die Silbe T. Ich spiele mal einen dritten Takt vor und zähle laut mit. 1, T2 und 1, 2 Nochmal 1, T2 und 1, 2 1, T2 Wir versuchen es gemeinsam. 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 2, 1 1, 2 1, 2 1, 2 2, 1 1, 2 3 0 2 3 3